Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Pokémon Platin. Heute ist Keks dabei. Moin. Und ja, ich hab... Oh verdammt, ich wollte nichts da drauflegen. Ich hab ja letzte Folge Brocken den 2. gefangen. Was ist mit dem 1. passiert? Der wurde durch Geduld getötet. Das war Geo-Rock. Oh. Und ja, und ich hab das ein bisschen auf das Team-Level versucht zu... Ich hab, ja, ich hab's ein bisschen versucht auf das Team-Level zu bringen. Ich war dann, in einem gewissen Moment hatte ich da keine Lust mehr, weil's verdammt langsam geht, weil die Pokémon so schwach sind. Und ja, jetzt können wir gucken, ob hier beim Honig ein Pokémon ist. Nein. Okay, scheinbar ist mein Honig auch weg. Okay, ich geb's auf. So, ich glaub, heute sollten wir in den, äh, wald kommen, das heißt, da gibt's auch noch mal ein Pokémon zu fangen. Und ich bin gespannt, was für ein Pokémon du siehst. Willst du nicht die Bären mitnehmen? Äh, nee. Du mögst die Bären irgendwie. So. Ähm. Ob du da alles schon gekämpft hast? Ja, ich hab ein bisschen zu trainieren. Also. So, ja, diese Pokémon, schön für dich. Das musst du laut vorlesen. Nee, los, ich schenke. Ja, 6 gegen 1. Stahler. Ja, wahrscheinlich ist ein Stuhlost. Ja, Stuhlost, stand da. Ja, kann ich jetzt mit Brocken zwei nicht wirklich viel anrichten, da muss ich Gary raushauen. Das Vieh ist Stein, Stahl. Äh, äh, ist... Das ist Stein. Das ist Stein. Das ist Stein. Oh nein, das kann gucken, das ist auch noch. Okay. Oh, Gary. Gary, ich weiß, es war falsch, aber es ist wirklich ein Stahl. Aber dann hab ich kurz Schnigge raus. Schnigge. 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 So, oh nein, keine Nebenstelle. Ja, aber das ist nicht sehr effektiv auf Wasser. Ja, ich weiß. Aber die Genauigkeit. Ich dachte eigentlich immer, Blubber wär stärker. Ich glaube, Ackerknarre ist stärker. Können wir gleich mal machen? Das ist Typ Stein. Ja. Ich dachte mir, es wär bloß zum Typ Stahl. Brocken. Bitte, Brocken der Zweite. Wir denken nicht gerne an Brocken, den ersten. Hast du ihn wieder freigelassen? Ähm, nein, ich mach ja ne Challenge, dass wenn das Bugwunder besiegt will, ist es gut. Ja, das ist alles raus. Ja. Äh. 40, 20. Ja, Ackerknarre ist stärker. Ja, dann laufe ich doch mal kurz zum Helden wegen Gary. Gary, ich weiß, ist doch falsch geworden wie der. Die Beere packt er sich immer nur nicht ein. Ne, ne, das ist zu viel Zeit, die ich verschwenden könnte damit. Äh. Oh lol. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich hab gerade irgendwie eine falsche Taste gedrückt und dann ist alles schief geworden. Ja, super. Ja. Aber es geht wieder alles. Schau ich einfach in mein Mikrofon. Geil. Macht mir immer Spaß. So. Ich war auch die Bilder rechts hinten. Oder rechts. Wollen wir das schon aussehen? Ich seh die Bilder ja nicht. Äh, ich mein die da. Na so. Oh lol, da gibt's noch ne. Oh, ich komm dann, oh, verdammt. Du musst mit dem Surfer dahin. Ähm, ne, ich muss da rechts runterspielen. Und dann muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ja, das München-Sprung ist. Hariyama. Nein. Hast du hier schon was gefangen? Äh, ja, Brocken 2 hab ich mir hier geholt. Rexandwürfel. So. Such alter 33 Nachrichten. Weißt du, ob du 33 Nachrichten wirst. Ja, in einer Gruppe, ey. Brocken 2. Ich werde nie wieder angreifen können mit Brocken. Oh, oder doch. Ja. Brocken ist halt einfach ne Maschine. Hauptsache, Keks schlägt sie lasch ich nicht. Das wissen wir, wenn wir das hier aufnehmen, ist die erst Folge 1. Und wenn. Du bist schon in der dritten Folge. Äh, nein. 12. 12. Wieso? Ich hab Spaß am Aufnehmen. Ja, warum nimmst du nicht die zweite Folge auf und langsam? Äh, ich hab ein Upload-Schema. Ich hab, äh, es ist geplant, dass der Daily Upload kommt. Und ach du Scheiße. Ja, die nächste Folge, äh, die Folge 2 kommt nächsten Montag. Und dann geht's, äh, geht's los mit Montag und Freitag-Folgen. Ja. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Nicht viel. Weil's nicht sehr effektiv ist. Das schreit wahrscheinlich nach Schniggi. Let's go Schniggi. Achtung, Sandsturm. Achtung, Sandsturm. Ich hoffe mal, Schniggi überlebt. Ja. Schniggi sollt überleben. Was für Despot haben wir, äh, Drache-Gestein. Äh. Hab so ein Ziel in Pokémon Go. Ein Zug. Bist du, wenn es die erste Entwicklung ist. Ja gut, ich hab nicht nur die erste. So, Achtung. 10 Kilometer Eier-Regeln. Ja. Oh, macht trotzdem nicht grad viel Schaden. War das Ding dein Angriff glaub ich schwächt die ganze Zeit. Äh, ne Verteidigung. Oh. Verteidigung. Und Sandsturm. Du musst auch hier so schnell killen. Los, Schniggi. Ich hoffe jetzt nur auf den Volltrick. Okay, eine Runde macht's. Also okay. Ich sollte, äh, also Schniggi sollte es töten. Nicht gern. Sollte es jetzt nach Schniggis Aquaknarrel angreifen. Ähm. Könnte Schniggi gefickt sein. Oh. Tschüss, Schniggi. Nein, nein. Schniggi überlegt was. Schniggi ist kross. Schniggi ist tot. Ein Volltreffer. Ach, als ob das jetzt ein Volltreffer war. Jetzt nimm deinen scheiß Pflanzen-Pokémon und töte das. Ja, als ob. Warum Schniggi? Warum Schniggi? Warum nicht Gekko? Nee, Gekko war mein Start. Gekko ist cool. Ähm. Warum nicht, keine Ahnung, Affe oder so? Warum musst du Schniggi treffen? War das scheiß, wie die Verteidigung ständig gesenkt hat. Ja, und ich hab drauf gesetzt, dass es, was Schniggi Beste ist. Versucht, was ja wert. Gott, damen, ist es Schniggi auch noch tot. So. Was sind die Mäu? Komm, Schniggi wieder belebungskrank. Ja, äh. Nein, ich will es nicht nochmal. Ich will nicht wissen, wie die Schutzfunktioniert. Oh. Jetzt hast du Schniggi auch geheilt wieder. Ja, aber Schniggi darf ich trotzdem nicht benutzen. Nee, Schniggi ist tot. Ja, das ist unten in meinem Park. Jetzt ist Schniggi wieder da. Aber ich darf Schniggi trotzdem nicht benutzen. Mein, ich will nicht spielen, ne? Welche Art von spielen? Ja. Voltoball. Ja, Voltoball wäre jetzt noch ein bisschen unvorteilhafter gewesen für Schniggi. Aber das war's mit Paralyse. Ja, so ein Prozess und so ein Klatschen können. Ultrasch ein Blick. Ja, gut. Bis trotzdem tot. Wie lange hast du gebraucht, um die ersten Rinder zu bekämpfen? Ich habe, das ist der dritte Runde, ich mache. Was ist das jetzt dein dritter? Ja, weil ich im ersten Raum gestorben bin, weil der Gegner einen Kudox hatte und ich wegen das nichts machen konnte. Und im zweiten Raum bin ich gestorben, weil der Arena-Leiter einen fucking Jutu hatte, wo ich gestorben bin. Ach, das war das Bild, was du reingeschickt hast? Äh, ja, das musst du das Bild gelesen sollen. So. Komm her. Ich muss Schniggi ja jetzt ersetzen. Ja, das wird interessant. Ja, ich habe noch ein wasser Pokémon auf der Box. Ach, natürlich. Jetzt kommt, jetzt kommt natürlich Feuer-Pokémon. Und jetzt wird Schniggi totes. Ja. Ja, ich habe noch ein Schniggi. Wir machen eine Beerdigung für Schniggi. So wie für Apfel. Ja. Nur, dass einer von beiden cooler war. Wäre von... Ja. Wäre doch coole. Ja, der wohl. Ich habe Apfel-Familie-Polakt. Ich muss immer noch mit diesem Projekt anfangen. Lumanda. Das wäre ein freshes Pokémon. Luragan-Fresh ist ja doch. Ja, aber ich habe schon... Wie das Ding rumspringt. Bye, have good time. Bye. Tschüss. Sibylle. 192 Poker-Koins. Ach, der hätte ich einfach so hochlaufen können. Oh. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Und der hätte ich einfach runterspringen können. Hauptsache, Gotti hat... Oh. Ja, ich mache so. Gotti hat, Hauptsache sind es vier. Warum lässt du das nicht? Äh, weiß ich gar nicht. Ich habe wirklich Lust dazu. Tschüss, Absol. Tschüss. 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 Ich bin gespannt, was die für Pokémon hat. Okay. Es würde jetzt für mich nicht möglich sein, Pokémon zu fangen. So. Das heißt, ich kann jetzt... Nein, wenn wir in einem Doppelkampf sind, dann greife ich eher... Dann musst du das eine töten und wenn sie das andere low hittet, dann kannst du das andere fangen. Ja, aber die Sache ist halt, dass... Ja, welches töte ich dann halt? Diese Sache. Ich muss ja eins von denen mitnehmen. Und ja, ich werde jetzt so machen, dass ich jetzt einfach... Nimm das extra mit. Nein, ich werde jetzt so machen, dass ich jetzt erstmal die... Dragoneer... Oh, kein Dragoneer und Muschus. Kann man mehr machen. Ähm... Guck, du machst das einfach einen facken Schlitzer auf das Dragoneer. Und das ist tot. Ja, gut, wenigstens das. Ego-Trip. Wer wird verwirrt? Natürlich. Einmal zurückrufen und ein anderes rausholen und die Verwirrung ist weg. Aber... Ja, wie braver. Wie braver, was war das nochmal? Ähm... Ja... Okay, was macht Ego-Trip? Irgendeine Random-Attack von den Vieh-Ansätzen. Ah, okay. Hat das nicht wirklich viel gebracht, aber... Oh. Gut auf Nato. Danke. Nato ist nämlich sehr schwach dagegen, Aldi. Ja. Und okay, es ist... Zum Glück sitzt das Eisbär ein. Das hat auch Aquaknarr oder sowas haben können. Ja, das... War meine größere Sorge. Deswegen werde ich jetzt gleich... Ja, gut, aber was mache ich jetzt? Ich kann nicht auf meinen Pflanzen-Pokémon wechseln, wegen Eisspeer. Eis ist nicht effektiv gegen Pflanzen. Doch, ist es. Nimm den Affen. Warum heißt der Kramburgs Urkunde? Das ist ein Insider. Ja, ich werde jetzt einfach bei Gary bleiben. Ich werde jetzt gerne einbringen, als dieser Viecher zum Schlafen. Ja, ich werde mich jetzt so... Natürlich! Okay, Boden? Ist Boden mehr? Ja, ist sehr effektiv gegen Feuer. Ja, gut, aber macht nicht viel. Aber... Oh, Feierlampen. Ich kann Gary nicht mehr auswechseln. Du kannst Gary nicht mehr auswechseln. Das ist verdammt dumm. Kann dieses Dreckschimmer aufhören, Ego-Trip einzusetzen? Das bringt nichts. Eisspeer macht keinen Fall. Ich glaube, Mushas kann nur Eisspeer als Attacke und Schutzschild. Boah. So, dass sich beide Pokémon auf mich konzentrieren hat, ne? Yay! Ne, 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 die hat noch ein zweites, wenn ich das weiß. Hatte ein zweites? Müsste eigentlich. Wow. Ritt, Gary! Ne, 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 das ist Eis, das macht keinen Schaden. Na gut, äh, hat die noch eins? Ich hoffe, dass sie noch eins hat, weil dann werde ich nicht gefokust. Nein. Äh... Mach ne Kampfattacke auf ein Gesteins-Pokémon. Okay. Ne, aber das ist... Das ist ja kein Gestein. Es ist Boden. Es ist sehr heißes Boden. Deswegen... Da wäre es schnell geht's gut. Trotzdem bringt mir eine Kampfattacke was. Okay. Ich kann endlich auswechseln. Oh, endlich. Äh, ich werde Brocken 2 wieder raus... Äh, reinhauen. Am Ende kommt... Ich sag, ich seh's kommen. Am Ende kommt Brocken 3. Irgendwann. Natürlich Sandwirbel. Schwertanz macht seine Abpackungsstelle. Ja. So, tschüss und bravo. Der hat jetzt keins mehr. Doch, der müsste noch eins haben. Äh, nein. Seine Pokémon-Mann schwächer. Also, ich glaube, dass er 3 hat. Und sie nur eins? Ja. Ja. Ja! Latios, ist klar! Rechte Hand. Ich hatte im letzten Part, glaube ich, oder im vorletzten Part schon eins von diesen Küchern. Ich hoffe, das läuft nicht allzu großen Schaden. Ne, macht's nicht. Aber ich hab jetzt Angst... Das ist ja, es kommt noch ein Crit dazu. Wenn man davon redet. Ja. Aber... Ich hab Angst davor, was Latios macht. Witz. Äh, der Typ kann immer noch Eis spüren. Aber es hat ne finstrende Ungleichsattacke. Lass, das ist Psycho. Ja, gut, stimmt. Das kann ich nur nie merken. Sag dich doch, es kommt mit Psycho-Welle. Ja, gut, das geht aber. Du musst die Smushers loswerden. Weil Affe ist jetzt gleich tot. Ja, Affe will nicht miss. Affe ist krass. Ich schwöre, wenn Moushos jetzt Schubtschul einsetzt. Okay, gut. Es kann's nur 10 Mal einsetzen. Ich glaube, es hat schon 10 Mal. Ach, verdammt! Kann ich mich bei Latios bedanken, weil das scheiß die rechte Hand eingesetzt hat? Affe? Nein. Böse Affe. Okay. Gut. Tschüss. Brocken. Brocken, du... Brocken muss die Situation mal wieder retten. Gab's ein Pokémon, das hieß Keks? Nein, du bist aber der... Äh... Anführer vom Bösen... Oh Gott! Vom Bösen Team. Wie? Ich bin der Anführer! Ja. Und was ist Apfel? Äh, Apfel ist der Professor. Wow. Ja. Gut. Jetzt sind wir in ein paar Situationen mal. Ähm, ich würde Brocken, dass Moushos töten lassen. Ja, dann stirbt Brocken, aber wenn... Muss nicht. Latios kann vermutlich noch mal rechte Hand einsetzen. Ich wäre mir dann nicht so sicher... Ich will mich darauf nicht verlassen. Ja, es ist deine Entscheidung. Ja, ich habe nicht da... Erstensichertion bei... Ja, bei Slushy. Im ersten Versuch in der Arena. Ja, und bei Schnigi. Bei Schnigi, ja. So gut, wenn dieses Moushos weg ist, dann kann ich mit meinem, ähm... Pflanzenpukvon rauskommen... ...und das Drecksvieh und das Drecks Latios töten. Ich sag dir, es kommt mit rechter Hand an. Ja, aber darauf wollte ich mich nicht verlassen. Ach, endlich ist das wie Tote. So. Versuchen wir nochmal Steinwur... Matthias müsste auch Flug sein, deswegen... Deswegen sollte Steinwurff auch gut sein, ne? Ich weiß, ich glaube, es war Psycho Flug. Ja, es war Psycho nicht. Es war aber auf jeden Fall Psycho. Ja. Gut, Gecko. Ja, ist eh gut, wenn es nicht Flug ist. Aber jetzt kommt eine Flugattacke. Die letzte Entwicklung von Gecko ist Unlicht dabei. Ne. Nein, das ist Mono. Nein, 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 das war bei Quajuzu. Ja, es müssten Mono... Äh, was? Äh, Franzis an. Flaschi? Gotti? Hi. Oh, ich nehm' Cut auf? Ja. Ja. Oh, äh. Ich bin nur kurz da. Äh, ich wollte nur kurz sagen, du kannst drausschneiden, wenn es geht. Ne, so... Ich sag's einfach bei einer passenden Stelle, wo du was schneiden kannst. Ja. Alter. Hauptsache, ein scheiß Latios. Ach, Mann. Ähm, kannst du nämlich... Ach, an die Stelle erinnere ich mich. Ich kenn dir. Ähm, kannst du mir ein Bild von deinem Kopf schicken? Also weißt du, was ich meine? Ja, kann ich nicht machen. Und noch am besten... Ah, ja, okay, ich hab schon ne eigene Idee. Warum das werdet... Ich schick das gleich rein. Ihr werdet euch so totlachen. Ja, weil's auch du auf musstest. Ja, sorry, ich kann halt nicht mehr... Ich darf ja eigentlich grad gar nicht mehr so ein. Ja, super. Deswegen kann ich auch nicht schlafen, deswegen... Wie lange macht Gotti seine Pokémon-Folgen eigentlich? Äh, ja, ich... 20 Minuten. Ja, du bist bald 22. Ja. Gut, ich hol mir jetzt noch kurze Seiten da oben. Das ist noch wichtig. Und... Ja, dann wäre nämlich die Folge hier. Äh, nutzen wir und liken da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Kieks vorbei. Und bei Slushy, der jetzt am Ende noch mal reingekommen ist. ICT-Server ist in der Video-Überschreibung, würd ich sagen. Ähm, ja, muss ich gucken. Ähm, tschüss. Tschüss. Tschüss.